Hast du gesehen, meine Liebe? Ich habe das Navi, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast, bereits eingebaut. Und? Funktioniert es? Ich glaube schon. Ich habe es bereits programmiert. Und was sagt es denn so? Was soll ich schon sagen? Es sagt mir halt die Strecke an. Ich höre aber nichts. Ja, logisch. Wir fahren ja auch geradeaus. Erst wenn wir abbiegen müssen, meldet es sich. Ach so. Wusstest du eigentlich, dass es in mehreren Sprachen spricht? Nein, das ist mir neu. Hast du denn die Sprache auf Deutsch eingestellt? Nein, ich dachte, es spricht sowieso nur in Deutsch. Nein, nein, mein Lieber. Ich habe dir ein ganz ausgeklügeltes Navi gekauft. Denn wenn wir mal im Ausland fahren, können wir die verschiedenen Sprachen sicher brauchen. Ach du Dummerchen. Egal in welchem Land wir fahren, werden wir doch nur Deutsch brauchen. Oder kannst du so viele Sprachen sprechen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, ich schenke dir etwas Hochwertiges. Ich weiß, du hast es gut gemeint. Aber manchmal denkst du einfach nicht mit. Du meine Güte, man kann doch nicht immer an alles denken. Mir war wichtig, dir nicht das Allerbilligste, sondern ein erstklassiges Gerät zu schenken. Schließlich bist du mir das wert, mein Schatz. Ui, es sagt was. Ja, aber verstanden habe ich es nicht. Du etwa? Nö, aber wenn es wieder etwas sagt, dann hören wir genau hin, gell? Ich glaube, das war Arabisch. Da muss ich mal schnell umschalten auf Deutsch. Das mache ich schon. IMPORTANTE FRAPATILIS GRATINATA VALIS SANDATA Huch, das war falsch. Ich probier's nochmal. TRÜT FATALÜT ERGIMI BAS PRUNI Ne, das war es auch nicht. Ich dreh nochmal weiter. TAKRALO FATILÜNSE BATALÜNTIS ASTROLÜNTIS Sag mal, was machst du denn? Wir kommen gleich an eine Kreuzung und da muss ich wissen, ob ich links oder rechts abbiegen muss. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. PRAPATILIS VERRANALI GUCITA Jetzt wird's aber Zeit. Gleich sind wir an der Kreuzung. Jetzt mach mich bloß nicht nervös. Ich hab's ja gleich. Please turn left in a few minutes. So ein blödes Ding. Irgendwie krieg ich das Deutsch nicht rein. Lass mich mal ran. Du konzentriere dich mal bitte aufs Fahren. Nicht, dass was passiert. Fahren ist gut, aber wohin? Oder hast du das Navi verstanden? Nö, aber das ist ja auch deine Aufgabe. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Ich habe schließlich schon meinen Haushalt. ABRA KEKUM GOBLAKASARA Jetzt reiß dich mal zusammen. Das kann doch nicht so schwer sein. Weißt du was? Bleib einfach stehen und mach es selbst. Schließlich hast du das blöde Ding ja falsch programmiert. Das ist wieder typisch, mir die Schuld zu geben. Du hättest ja bloß ein deutsches Navi kaufen müssen. Dann hätten wir dieses Problem nicht. Da meint man es gut und wird am Ende noch geschimpft. Von mir kriegst du kein Geschenk mehr. Ja, besser du lässt es. Ich kaufe mir meine Sachen selbst. Du bist echt gemein. So, jetzt reicht es mir. Wir kehren um und fahren heim. Ich habe keine Lust mehr auf einen Ausflug mit dir. Ecouti, ques que si, champio, lass a thara morimi. Halt die Klappe, du blödes Ding. Welch tizi, letitschki, morbilaski, fatliskuma, krepitschkar, gambatischakla, wortasoka, spatzpavilla, babutufrequetilla.